Moin und Weidmannsheil, heute in der Waldfernreview die Rösler Titan 6 Precision in 6.5 Creedmoor. Untertitelung des ZDF, 2020 Aufmerksam habt ihr in der letzten Zeit die Geschichte um die bleifreie 6.5 Creedmoor verfolgt. Vielen Dank für euer reges Interesse und eure vielen Kommentare dazu. Ein ganz großes Dank an dieser Stelle auch an RWS und Reimer Johansen, die das Projekt erst möglich gemacht haben, indem sie mir hier für Schleswig-Holstein eine bleifreie 6.5 Creedmoor Patrone zur Verfügung gestellt haben. Also vielen Dank, das war großartig von euch. Heute soll es nun aber nicht um das Kaliber oder um die Patrone gehen, heute geht es um die Rösler Titan 6 Precision. Fairerweise muss ich sagen, das ist eine Testwaffe, die mir hier zur Verfügung gestellt wurde, ebenfalls von RWS. Aber es ist wirklich eine Testwaffe, das heißt, die gebe ich nach der Testphase wieder zurück. Also ich habe hier jetzt kein teures Sponsoring bekommen, sondern ein Produkt, was ich für euch testen konnte auf der Jagd und auf dem Schießstand und was dann nach der Testphase eben wieder schweren Herzens an seinen Besitzer zurückgeht. In altbewährter Manier fange ich einfach beim Test vorne an der Mündung an und ende dann hinten an der Schaftkappe. Die Waffe kommt standardmäßig mit einem M14x1 Mündungsgewinde und einer hochwertigen Gewindeschutzkappe ebenfalls aus dem gleichen Material wie der Lauf. Das heißt, die Kappe fügt sich nahtlos an den Lauf an. Also selbst wenn ihr keine Mündungsbremse oder Schalldämpfer schießt, habt ihr da vorne nicht so ein hässliches Plastikteil oben drauf, sondern der Lauf sieht einfach schier und blank aus. Die Mündung der Waffe ist ein bisschen abgesenkt, das heißt, ihr habt die Mündung ein bisschen tiefer als den vorderen Rand des Laufes. Das hat den unschlagbaren Vorteil, wenn ihr irgendwo mal mit der Waffe gegenditscht, dann habt ihr nicht sofort Beschädigungen an den Zügen und Feldern und habt auch nicht so schnell die Gefahr von Treffpunktverlagerung oder gar Präzisionsproblemen. Der Lauf hat 61 cm und einen Mündungsdurchmesser von 19 mm. Das ist, wie ich finde, in diesem Gesamtsetup eine sehr, sehr gute Wahl. Ein kürzerer Lauf macht nach meiner Erfahrung in dem Kaliber keinen Sinn. Also wir haben dann schon eine, ja, wie soll ich sagen, etwas größere Waffe, eine etwas längere Waffe dabei. Es ist definitiv keine Drückjagdwaffe, aber für mich als großer, kräftiger Kerl war sie auch durchaus noch auf der Pirsch gut zu händeln. Und wie gesagt, die Lauflänge möchte man bei dem Kaliber gerne haben. Insofern ist das ein Kompromiss, den man eingehen muss. Der Vorderschaft hat zwei Riemenbügelösen. An der vorderen habe ich jetzt mein Harris-Zweibein. Die hintere ist mit dieser Konfiguration leider nicht zugänglich, weil ich hier diese große Schnellverstellschraube, diesen Schnellverstellhebel dran habe am Zweibein. Insofern habe ich jetzt den Gewehrriemen am Harris befestigt. Nun gibt es aber auch verschiedene Formen von Zweibeinen und insofern macht das durchaus Sinn, gerade bei einer Waffe wie dieser hier eben zwei Riemenbügelösen zu haben, dass man die vordere fürs Zweibein oder einen Adapter für eine Picantini-Schiene oder ähnliches nutzen kann und den hinteren dann für den Gewehrriemen. Der Vorderschaft verjüngt sich nach oben hin ein wenig und ist unten sehr flach von der Form. Das macht das Schießen über ein Schießkissen sehr, sehr angenehm, aber auch an der Kanzel, wenn man die Waffe irgendwo auflegt, liegt sie sehr, sehr sicher. Und durch die Verjüngung nach oben hat man einen sehr festen Griff am Vorderschaft. Das macht den Schaft selber schon fast zu einem Drückjagd-Schaft. Aber wie gesagt, in dieser langen Konfiguration ist das nicht so ganz meine bevorzugte Drückjagd-Waffe. Da bin ich ehrlich, aber dafür will ich sie ja auch gar nicht haben. Außerdem habt ihr auf jeder Seite vom Vorderschaft vier Öffnungen, die den Lauf ein bisschen ventilieren. Das heißt, auf großen Schießserien am Schießstand, da habt ihr ein bisschen mehr Wärmeableitung vom Lauf selber und habt nicht ganz so schnell diese starke Hitzeflimmern, wenn ihr große Serien auf die Scheibe zimmert. Der Lauf endet in einem massiven System aus gehärtetem Aluminium. Das ist wirklich ein aus dem vollen Aluminium-Block gefrästes System, was unglaublich präzise Arbeit leistet. Obwohl es sozusagen Aluminium ist, sind hier alle Eigenschaften, die man haben will, gegeben. Das heißt, Präzision über die gesamte Schießserie hinweg. Oben auf dem System haben wir eine Viva-Schiene mit 20 MOE-Vorneigung. Diese ist in dem Fall jetzt aus Stahl und liefert die Grundlage für die Montage des Kales K624i. 20 MOE-Vorneigung unter jagdlichen Gesichtspunkten wahrscheinlich nicht ganz so relevant, aber gerade wenn es dann in den Bereich sportliches Schießen und Long-Range Schießen geht, im Grunde schon obligatorisch. Die Waffe verfügt über ein Magazin. Der Magazinkasten aus Stahl, der Rest aus Polymer, genauso wie die Fassung und der Bügel um den Abzug herum, ebenfalls aus einem Polymer-Kunststoff, macht aber einen sehr hochwertigen Eindruck. Also obwohl es Kunststoff ist, habe ich hier gar keine Bedenken, dass da was kaputt gehen könnte. Das Magazin fasst im Kaliber 6-5 Creedmoor drei Kugeln, drei Patronen plus einem Lauf, macht also vier Schuss, mit denen ich auf die Jagd gehen kann. Die Kammer lässt sich über einen massiven taktischen Kammergriff öffnen, die ich finde sehr, sehr gut in der Handhabung. Ich mag das, wenn man hier ein bisschen mehr zum Anfassen hat. Auf dem Schießstand, muss ich ehrlich sagen, öffne ich die Waffe in der Regel mit der flachen Hand, aber gerade draußen im Revier, wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, finde ich, macht so ein massiver Griff durchaus Sinn. Und gerade auch beim Long-Range Schießen, wenn man größere Schussserien hat, wo man mit viel Positionswechsel und schnellem Repetieren arbeiten muss, dann darf es gerne so ein großer, kräftiger Griff sein. Der Kammerstängel verriegelt mit drei zweireihigen Verschlusswarzen, was der Präzision sehr förderlich ist von der Geometrie her und was bei einer Waffe in diesem Kaliber und für diesen Einsatzzweck eigentlich schon fast obligatorisch ist. Die Waffe verfügt über eine Dreistellungssicherung, eine Schiebesicherung auf dem Schaftrücken. In der hinteren Position ist die Kammer und der Abzug gesichert, in der mittleren Position lässt sich die Kammer öffnen, aber der Abzug bleibt nach wie vor gesichert. Und in der vorderen Position ist die Waffe schussbereit. Und ihr seht hier auch schon den massiven Teil des Schlagbolzens, der hier hinten aus dem System ragt. Da lässt sich selbst im Dunkeln schnell ertasten, ob die Waffe gespannt oder abgeschlagen ist. Das, finde ich, ist dann wieder der Jagd geschuldet und macht bei Jagdwaffen, gerade wenn man auch mal in der Dämmerung unterwegs ist, durchaus Sinn, das so in dieser massiven Form darzustellen. Die Waffe kommt mit einem modifizierten Präzisionsabzug daher. Das ist ein eigener Abzug aus dem Hause Rösler und der bricht wirklich sehr, sehr trocken. Er hat kein Vorspiel, sondern er bricht wirklich direkt und trocken, genauso wie ich mir das von einer Waffe dieser Art wünsche. Das Abzugsgewicht ist jetzt auf der Werkskonfiguration, für mein Empfinden, sehr, sehr gut für Jagd und Skisport zu verwenden. Würde man die Waffe vielleicht nur auf den Skistand führen, könnte man darüber nachdenken, den Abzug ein bisschen leichter einstellen zu lassen. Aber gerade auch unter jagdlichen und unter Sicherheitsgesichtspunkten ist der Abzug, finde ich, in dieser Form jetzt ideal eingestellt. Die Waffe hat einen massiven Lochschaft mit einem asymmetrischen Griffstück. Das heißt, ich habe hier wirklich das angenehme Gefühl, dass die Hand sehr entspannt in den Schaft, in den Griff hineingleitet und ich meine, mein Abzugsfinger ganz entspannt auf den Abzug legen kann. Also ich jegdwede Spiel aus dem Abzugsfinger herausgenommen habe, um den Abzug ideal bedienen zu können. Der Schaft selber ist komplett aus Holz, auch wenn er hier in diesem schwarzen, matten Design das gar nicht so auf den ersten Blick verraten will. Aber es ist wirklich in der Tat ein Holzschaft, der dann mit einer Soft-Touch, einer matten, schwarzen Soft-Touch-Beschichtung beschichtet wurde, die im vorderen Bereich und im Bereich des Griffstück aufgeraut ist, dass man auch mit schwitzigen Fingern einen sehr guten Griff hat. Nun sind wir nicht nur am Hinterschaft angekommen, sondern auch schon fast am Ende unserer Review. Der Hinterschaft verfügt über eine verstellbare Wangenauflage, die auch etwas asymmetrisch geformt ist. Das heißt, auf der Seite, wo die Wange aufliegt, ist sie ein bisschen tiefer gezogen. Sie hat eine Riemenbügelöse, nicht wie viele Waffen hier unten am Hinterschaft, auf der unteren Seite, sondern an der Seite. Und zwar an der richtigen Seite, sage ich jetzt mal, und zwar auf der glatten Seite der Waffe. Also nicht da, wo der Kammerstängel absteht, sondern dort, wo die Waffe eben so glatt und flach wie möglich ist. Das hat den unschlagbaren Vorteil, dass die Waffe wirklich sehr flach und glatt am Rücken anliegt und man keine blöden Druckpunkte dabei hat. Die Wangenauflage lässt sich mittels eines Inbusschlüssels verstellen und da sind wir eigentlich, wie soll ich sagen, bei Fluch und Sägen dieser Waffe angekommen. Sägen deshalb, weil ich habe hier keine Schrauben, die herausstehen, wo ich hängen bleiben kann. Was eben auch gerade, wenn man mal irgendwie so luftige, etwas weitere Tarnklamotten anhat, irgendwie, ja, da bleibt man einfach nirgendswo hängen. Fluch deshalb, weil wenn ich eben mal durch den Lauf schauen möchte zum Beispiel und ich den Kammerstängel herausnehmen will, dann geht das nur, wenn die Wangenauflage runtergefahren ist. Beziehungsweise das Einstellen der Waffe im Revier bedarf halt eben immer des Inbusschlüssels. Ich habe den bei mir mit im Jagdschein für den Fall der Fälle, aber in der Regel ist es ja so, wenn der Schaft einmal eingestellt ist, dann passt er auch so und man muss nicht nachstellen. Zur Sicherheit habe ich mir hier unten kleine Striche auf die Bolzen gemacht, mit denen das Ganze fixiert wird, sodass ich schnell immer wieder meine Ausgangsposition wiederfinde. Der Hinterschaft der Waffe lässt sich in der Länge verstellen, ebenfalls mit dem Inbusschlüssel die Schraube lösen und dann kann man hier flexibel den Schaft in der Länge anpassen. Und auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, hat eben auch den großen Vorteil, man kann im Sommer oder zur Blattzeit, wenn man weniger Klamotten anhat, den Schaft ein bisschen länger machen. Und im Winter, wenn man dann mit dicken Klamotten unterwegs ist, ein bisschen kürzer, dass man wirklich auf seine persönlichen Bedürfnisse den Schaft in der Länge eingestellt bekommt. Ebenfalls lässt sich die Schaftkappe einstellen bei dieser Waffe und zwar kann ich hier eben eine Schraube lösen und dann lässt sich die Schaftkappe in der Höhe verschieben und ich kann auch diese dann auf meine Körpergröße und meine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die Schaftkappe mag für den einen oder anderen vielleicht etwas merkwürdig anmuten mit dieser starken Wölbung nach innen, da sind wir eher die glatten Abschlüsse gewohnt. Diese Wölbung nach innen hat aber den großen Vorteil, dass die Waffe sich sehr angenehm an die Schulter anschmiegt und auch beim Repetieren der Waffe in vielleicht einem nicht ganz so idealen Anschlag die Waffe mir aus der Schultertasche nicht verrutschen kann, sondern ich wirklich ideal auf großer Fläche mit der Schulter an der Waffe anliegen kann. In diesem gesamten Setup, so wie ihr die Waffe jetzt hier vor euch seht, wiegt sie 5,7 Kilo, wobei die Waffe selber mit etwa 4 Kilo zu Buche schlägt, der Rest entfällt dann auf Zielfernrohr und andere Anbauteile. Mich hat das Gewicht persönlich überhaupt nicht gestört, die Waffe ist so griffig und gut führig, dass die 5,7 Kilo mich selber auf der Pirsch auch nicht gestört haben und ich sie sehr, sehr gut und universell einsetzbar finde. Die Waffe selber, sie hat eine hervorragende Haptik, sie fest sich wirklich gut an, die Verarbeitungsqualität, die hat mich auf ganzer Linie überzeugt, also gerade bei Waffen in diesem Preissegment muss man oft leider sagen, lässt die Verarbeitungsqualität an der einen oder anderen Stelle gerne mal zu wünschen übrig. Mir ist bei dieser Waffe hier nichts aufgefallen, wo man irgendwie über Verarbeitung oder Qualität meckern müsste und die Präzision der Waffe, die sucht wirklich seinesgleichen. Ich hatte die Waffe ja im Revier, ich habe Kontrollschuss gemacht mit zwei Schuss, die lagen gerade mal auf 100 Meter 6 Millimeter auseinander. Ich war mit der Waffe auf dem Schießstand, ich habe dort Fünfergruppen hingekriegt von 11 Millimeter Streukreis. Das ist schon für eine Fabrikwaffe in dem Sinne eine ganz, ganz hervorragende Leistung. Viele Fabrikwaffen gelten ja als gut, wenn sie unter einem MOA Streukreis schießen und ein MOA auf 100 Meter, das sind 2,67 Zentimeter. Also da ist die Waffe deutlich, deutlich drunter. Auf dem Schießstand wollte ich natürlich auch noch Material für euch drehen, das Material ist mir leider nicht gelungen, beziehungsweise die Speicherkarten waren leer. Ich denke, ich war einfach zu schusselig, da rechtzeitig Aufnahme zu drücken und in dem ganzen Stress habe ich dann auch noch vergessen, mir die Zielscheiben mitzunehmen. Deswegen mache ich normalerweise, ich nehme die Zielscheiben immer mit und dann messe ich sie in Ruhe nochmal aus und rechne den Streukreis auf. Ist jetzt hier gerade bei diesem Test der Waffe mit dieser unschlagbaren Präzision nicht der Fall gewesen. Insofern verzeiht mir das, wenn ich nochmal die Gelegenheit habe mit der Waffe auf den Schießstand zu gehen, reiche ich das Material nach. Ansonsten müsst ihr mir in der Tat jetzt einfach glauben, dass die Waffe schießt, wie sie schießen soll und das hervorragend gut. 100 Meter Streukreis, 11 Millimeter mit der Evo Green in Bleifrei 6-5 Creedmoor. Das ist einfach eine grandiose Leistung. Geschossen habe ich die Waffe auch auf dem RWS Hub, dort mit der Norma Match, habe auch Streukreise hingekriegt, habe jetzt 100 Meter geschossen. Ja, Streukreise, die ich mit dem Daumen abdecken konnte. Das ist einfach ein Präzisionswerkzeug, out of the box, so wie sie von der Fabrik kommt. Einfach noch ein gutes Glas drauf und die Sache ist rund. Ihr habt was, womit ihr jagen gehen könnt. Ihr habt was, womit ihr auf den Schießstand gehen könnt und ihr habt was, womit ihr Long Range schießen könnt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier die Waffe kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt gekriegt habe, sondern das sage ich, weil ich tatsächlich von dem Produkt richtig, richtig begeistert bin. Wenn ihr noch Fragen zu der Waffe habt, dann schreibt es in die Kommentare, ich gehe da gerne drauf ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Es stehen viele spannende Projekte an, die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Aber jetzt geht es erstmal ab nach draußen zum Jagen.